Erfindungen aus dem Südwesten, die unser Leben schneller machten oder lauter. Oder behaglicher. Geistesblitze für Globetrotter, Wagemutige und Kranke. Erfindungen, die uns heiß machten. Und Erfinder, die nie aufgaben. Auch wenn ihre Ideen grandiose Flops waren. Und am Ende doch den Südwesten und die Welt veränderten. Die Überwindung der eigenen Angst war bei vielen Erfindungen der erste Schritt zum Erfolg. Die Flugpioniere riskierten Kopf und Kragen. Bruchlandungen waren die Regel. Die Erfolge dünn gesät. Dabei wird gerne unterschlagen, dass zu jeder Bruchlandung erst einmal ein gelungener Start gehört. Nur wenige der Luftverrückten haben den verdienten Ruhm auch geerntet. Die meisten ruinierten ihren guten Ruf. Wie Albrecht Ludwig Berblinger, der Schneider von Ulm. Eine tragische Figur. Eigentlich schade drum. Man hat ihn verspottet. Und damit ist eigentlich ein Flugpionier, der Herausragendes geleistet hat, untergegangen. Befindet sich aber in erlauchter Gesellschaft. Albert Einstein zum Beispiel. Sechs Jahre vor seinem Nobelpreis konstruierte er ein Flugzeug und ließ sich, im Hinblick auf eine sichere Landung, von Katzen inspirieren. Denn die landen bekanntlich immer auf den Füßen. Unser schlauer Einstein hat sich dafür nachher dann doch etwas geschämt, weil es nicht funktioniert hat. Der hat ein Katzenbuckelprofil konstruiert und hat ein Flugzeug gebaut. Da war auch einer so mutig, hat sich da tatsächlich reingesetzt, hat es ausprobiert. Kommentar des Piloten, das flog wie eine schwangere Ente. Es war nichts, man hat es auch nicht weiter verfolgt. Also er ist nicht unter die großen Flugzeugkonstrukteure gekommen. Aber selbst schlaue Köpfe wie er haben sich dann als Physiker damit beschäftigt. Fliegen war schon immer Mode. 1954, fast ein halbes Jahrhundert später, entschuldigte sich Einstein beim Piloten. Er schäme sich bis heute. Nach dem Ersten Weltkrieg durfte Deutschland aber eh keine Motoflieger mehr bauen. Wegen der Rüstungsbeschränkung. Ohne Schub, kein Flug, dachten sich die Sieger. Aber die Flieger im Südwesten machten sogar aus der eigenen Beschränktheit eine Tugend. Und dann hat man sich aufgemacht und hat gesagt, okay, wenn wir nicht mit dem Motor fliegen dürfen, dann fliegen wir eben motorlos. Es war ein Back to the Roots. Man fing also wieder an, sich auf die Anfänge zu besinnen. Man hat Segelflugzeuge konstruiert oder das, was man sich darunter vorstellte. Es gab abenteuerliche Konstruktionen, die zum Teil gar nicht, wenn sie dann in die Luft sollten, das Ganze ausgehalten haben. Die zerbrachen einfach, zerbrachen bei der Landung. Es gab unendlich viel Bruch und auch Verletzungen und auch Tote. Aber die Leute haben mich aufgegeben. Man wollte fliegen, man hat es durchgezogen. Jahr für Jahr wurde das auch intensiver. Die Flugzeuge haben sich rasend schnell entwickelt zu wirklich tragfähigen, guten Flugzeugen. Einer der schillendsten Flugpioniere war Wolf Hirt, ein Motorradrennfahrer aus Stuttgart. Er war ein echter Zauberlehrling des Segelflugs. Mit einem Hauch von Harry Potter. Wolf Hirt war von der ersten Stunde hier oben auf der Wasserkomme mit dabei. Der kam 1920 mit dem Motorrad hier raufgefahren und hat hier oben sich umgeguckt. Das hat ihm unheimlich gut gefallen. Das hat ihm so gut gefallen, dass er dann zurück nach Stuttgart ist und hat einen einfachen Gleiter gebaut, um dann noch hier 1920 an der Rhön mit teilzunehmen. Von Stutt an war er einer der ganz großen Wegbegleiter überhaupt hier im Bereich des Segelflugs. Er hatte vorher schon Modellflugzeuge gebaut, war also nicht ganz unbeleckt. Doch seine Flugbegeisterung bezahlte er 1922 mit einem mehrmonatigen Krankenhausaufenthalt. Und bei einem Motorradunfall verlor er das linke Bein. Aber er gab nicht auf, fuhr einbeinig Motorradrennen und bastelte weiter Flugzeuge. Unter anderem das Muschterle. Das war Lufthoheit auf Schwäbisch. Muschterle heißt es, weil es das Flugzeug von Wolf Viert war und seine Frau, das war sein Muschterle. Das war der Kosename seiner Frau. Das ist ein ganz besonderes Flugzeug, weil mit dem ist er auf seine Nordamerika-Expedition gegangen, 1930. Er war einer derjenigen, die den Segelflug in alle Welt verbreitet haben. Der ist rumgereist mit seinen Flugzeugen und hat missioniert. Er ist, man kann sich das kaum vorstellen, mit dem Muschterle am Hudson River, am Ufer, mit einem Gummisaal gestartet. Dort habe ich dann den Aufwind des Hudsonufers benutzt, um auf ein paar hundert Meter Höhe zu kommen, auf 80, auf 100 Meter zuerst. Und dann bin ich zurückgeflogen an die Häuserfronten, die nun ja auch einen mächtigen Aufwind gegeben haben, diese Wolbenkratzerlinien. Und mit diesem Aufwind kam ich noch höher und kam dann auf so 300, 320 Meter. Und nun das Getriebe der Weltstadt unter mir und den Betrieb auf dem breiten Hudsonfluss. Bis mir dann plötzlich auffiel, dass am Startplatz unten eine Reihe von Leuten aufgeregt mit Taschentüchern und Fahnen, allmöglichen, gewinkt haben. Man hat ihn dann zum Landen aufgefordert, weil es ein Verkehrschaos gegeben hat. Und halb Manhattan stand unten und guckte hoch und war begeistert. Man jubelte, die Straßen waren voller Menschen und er flog und hat den Verkehr angehalten. Es war also ein sensationeller Tag für Wolf Hirt, damals in New York. Und da bin ich eben gelandet, das war mir gar nicht angenehm. Ich wäre gern noch eine Stunde oder zwei geflogen, aber es war nicht zu übersehen. Und wie ich dann gelandet war, und die Landung war gar nicht einfach auf diesem schmalen Plätzchen dort, das nur etwa 100 Meter lang war und 50 breit, da haben die mir erklärt, das war höchste Zeit, dass sie runtergekommen sind. Da hatten nämlich die ganzen Autos, die da rauf fahren, die Straße, ja, die hatten alle gehalten, um diesen verrückten Deutschen da zu sehen, der mit einem motorlosen Flugzeug, also hier in der Gegend herumstach. Und deshalb musste ich runter, abmoldieren, einpacken, los, fort, fort, fort. Und dann waren sie zufrieden und die Sache war in Ordnung. Wolf Hirt starb 1959 beim Absturz eines Segelfliegers. Wenn Sie wüssten, wie viele Menschen durch falsche Erste Hilfe ihr Leben vorzeitig lassen müssen. Der Unfall lauert überall, auf den muss man immer gefasst sein. Komm, Gaff nicht, passt zu. Moment, meine Finger weg. Paul Hartmann aus Heidenheim konnte zwar nicht die Finger retten, aber er sorgte ab 1873 dafür, dass man ohne Finger überlebte. Hauptsache ist, die Wunde ist kein Zweibel. Der sterile Wundverband war neu, hatte aber eine antike Vorgeschichte, die von Hartmann dankbar aufgenommen und weiterentwickelt wurde. Stülpa, eine neue Verbandstechnik nach alten Erfahrungen. Nicht mehr wickeln, sondern stülpen. Am Fingerverband wird das Prinzip des Stülpverbandes deutlich. Eine Unterbindung trennt ein offenes, kurzes Schlauchstück von einem eingerollten längeren. Über den mit einem Wundtextil versorgten Finger wird das kurze Schlauchstück unter leichter Dehnung, wie bei allen anderen Stülperverbänden, ohne jedes Hilfsgerät als Fingerling übergestülpt. Die Vorteile der Stülpa-Verbände. Schnelleres Anlegen und besserer Sitz werden bei dem sonst so schwierigen Verbinden des Kopfes besonders deutlich. Zudem behält der Stülpa-Kopfverband selbst bei unruhigem Schlaf zuverlässig seinen guten Sitz. Stülpa, eine neue Verbandstechnik. Die die Beine nach antikem Vorbild zwar gesünder, aber nicht attraktiver macht. Und hier kommt die Chemie ins Spiel. Dabei hätte es Alternativen gegeben. Das Perlon. Diese anschmiegsame Chemiefaser war ein Geniestreich des Stuttgarter Wissenschaftlers Paul Schlack. Der fand den Weg, Polycaprolactam-Hauch dünn zu machen. Die zauberhaften Beinkleider waren dabei aber nur Nebenprodukte. Die neuen Kunststoffe wurden zu Fallschirmen, Gitarrenseiten und Flugzeugen. Sie haben Millionen Nerzen das Leben gerettet. Und auch nicht schwimmern. Auf schicke Art und Weise. Hatten aber auch Nachteile. Und dann habe ich natürlich immer eisern Perlonhemden getragen. Bis ich gemerkt hatte, man kriegt ja fast keine Luft. Und die haben doch auch gestunken. Ja, ja. Und wurden gelb. Und stunken haben sie auch. Ja, das stimmt. Perlon war schier unverwüstlich. Und selbst müffelnd noch zu was Nütze. Hat der Schwabe Paul Schlack das nun auch verstanden, durch seine Erfindung reich zu werden? Nein, das kann ich nur nicht behaupten. Ich finde, die Patente der IGF-Ministry AG, das war der Patentnehmer damals, sind 1945 beschlagnahmt worden und waren im Ausland vogelfrei. Nur in Deutschland sind sie wieder reaktiviert worden. Und aus diesen Produktionen bekam ich Erfindervergütung, bis das Patent ablief. Und das war bereits 1956. Also war das nicht so toll? Nein, die großen Produktionen kamen ja erst nachher. Und waren für andere Gold wert. Olympisches Gold. Die Aal-glatte Chemiefaser schrieb Sportgeschichte. Das sind die Schwimmanzüge für die Damenmannschaft der DDR, die in Reutlingen von der Firma Büsing gemacht worden sind. Olympia 1976. Elf Goldmedaillen für die DDR. Elf von 13. Damit schaffte es der sensationelle Badeanzug sogar auf eine Briefmarke. Oft wird nach Sportskandalen ja mehr Transparenz eingefordert. Der Schwimmanzug aus Reutlingen war da vorbildlich. Horolastik, das war ein ganz interessanter Stoff. Wenn er nass geworden ist, wurde er durchsichtig. Und deshalb wurde er als Pornoplastik bezeichnet im Volksmund. Das ist natürlich schon so ein Material gewesen, an das man sich erst gewöhnen musste. Und das auch, sagen wir mal, nicht atmungsaktiv in dem Sinne war, wie wir das heute kennen. Und auch verschrien war deshalb als Stinkekleidung. Aber es war natürlich auch was Neues. Und es war modern. Und viele waren interessiert daran und wollten das Neueste eben tragen und haben. Wir haben selber in der Sammlung eher wenig davon, weil ich glaube, die sich in den Haushalten gar nicht so lange halten haben. Die wurden dann schlicht auch weggeworfen und nicht aufbewahrt. Wie bei den Schwaben ist es so, dass dann so ein Hemd da durchaus mal seine Karriere als Putzlappen erstmal machen muss, bevor es weggeworfen wird. Das ist mit dem Perlon nicht so einfach. Ach, Herr Lang, der Nutzwert ist nicht immer entscheidend. Sonst wäre ein Diamant in Schwaben ein Fall für die Mülltonne. Schließlich ist er nur ein Stück hartgepresster Kohle. Zum Heizen taugt er nix mehr. 1928 machte ein Diamantschleifer in der Pfalz eine Erfindung, die sein Handwerk revolutionierte. Eine Art klobige Pinzette für kleine Steine. Das war der Vorgänger vom Armanduppen. Da wurde der Stein hier aufgekittet. Das ist eine Bleimasse. Die wird erwärmt, die wird weich. Dann wird mit einer Pinzette der Stein hier draufgesetzt. Dann wird der Kopf abgeschreckt, dass die Masse wieder fest wird. Und dann setzt der Schleifer hier den Stein auf die Scheibe und kann dann das Stück, das rausguckt, schleifen. Aber eben nur das Stück, das aus dem Bleibatzen rausguckt. Der Rest ist eingegossen. Wenn er damit fertig ist, beginnt der ganze Prozess wieder von vorne. Und ein Schleifer hat mehr Zeit verbracht durch das Aufkippen als durch das eigentliche Schleifen. Der Armanduppen, der war in dieser Hinsicht eine Revolution. Das ist eine Kralle. Da ist ein Töpfchen drin. Das ist auswechselbar. Dann wird der Stein hier so eingesetzt. Zudrehen, aufsetzen, schleifen. Handgriffe, die Guido Deflandt in seinem Berufsleben millionenfach gemacht hat. Wenn die Fläche fertig ist, aufdrehen, rumdrehen, zudrehen, weiterschleifen. Zeit ist Geld, die ein Diamantschleifer nicht mit Bleigießen vergeuden sollte. Das heißt, der ganze Aufkipp-Prozess ist hier weggefallen. Auf diese Art hat ein Schleifer in der Woche 10 bis 12 Diamanten schleifen können. Mit dem Armanduppen kann er 50 machen in einer Woche. Das war Produktivitätsfortschritt und zwar ein gewaltiger. Erfunden hat den Doppen Philipp Armand in Brücken an der Pfalz. Der war selbst ein einfacher Schleifer und wollte sich das Leben ein bisschen leichter machen. Er hat immer getüftelt. Er hat nie eine weiterführende Schule besucht, nie besuchen können. Er ist ein reiner Autodidakt gewesen in allem, was er gemacht hat. Aber er war auch ehrgeizig genug darin, perfekt zu werden, wenn es darum ging, irgendwelche technischen Probleme zu lösen. Er hat dann 1928 seinen eigenen Betrieb gegründet. Er hat ein neues Gebäude aufgebaut mit Werkstatt und mit Diamantschleiferei und hat parallel dazu eine mechanische Werkstatt installiert, wo er diese Teile für den Doppen dann herstellen konnte. Und als das dann sehr gut lief, als dann Anfang der 30er Jahre dieser Doppen schlagartig die Diamantschleiferei revolutioniert hat und der Markt für diesen Doppen wirklich groß war, hat er die Diamantschleiferei eingestellt und hat sich ausschließlich auf die Produktion von diesem Doppen und von anderen Teilen und Maschinen für die Diamantbearbeitung konzentriert. Ein Lebenswerk, an dessen Ende etwas herauskommt, das angeblich ewig hält. Das gilt auch für manche Lebensmittel, wenn man sie entsprechend behandelt. Und ziehen Sie auf mit Chindara, dann ist die Einmachzeit auch da. Dann muss man bedenken, der Feind, der lauert überall, drängt sich vor in jedem Fall, um alles zu verderben. Den vegetarischen Anti-Alkoholiker Johann Karl Weck störte es, dass man Obst und Gemüse nur mit Alkohol haltbar machte. Das Zusammenspiel von Gummi, Glas und Hitze wies ihm eine Alternative. Ab 1900 konnte promillefrei konserviert werden. Und sieh mal einer an, wie brav Sie sein können und wie geduldig Sie warten, bis Mutti kommt, um die Verteilung dieses unvorhergesehenen Leckerbissens vorzunehmen. Und endlich ist es soweit. Hätten die Rangen sich damals nicht über das Obst hergemacht, es hätte uns bis heute erhalten bleiben können. Frisch wie am ersten Tag. Ich habe schon mehrere Gläser probiert, unter anderem ein Glas Bohnen von 1925, das war 1976, als ich es gegessen habe. Ich lebe noch. Das ist einwandfrei. In Einkochgläsern Marke Weck etwas verschlossen. Wenn das Glas dicht ist, genießbar auf ewige Zeit. Ein kleiner Schritt für einen Abstinenzler, ein großer für die Menschheit. Die Gläser hatten nur einen Nachteil. Sie waren zerbrechlich, gehörten damit ins Regal. Die Engländer setzten, als Besitzer eines Weltreichs, auf die transportable, robustere Dünnblech-Variante. Also das ist ein Gerät zum Dosenverschließen. Da wurde Wurstbrät oder alles Mögliche, auch Gemüse konnte da rein und wurde eingedost. Das geht darum, das zu kochen und dann heiß diese Dose zu verschließen. Das war vor allem auf kleineren Bauernhöfen, also nicht in der Industrie im Gebrauch, sondern eher auf kleineren Bauernhöfen. Für die englischen Erfinder waren wir Krauts. Für sie muss klar gewesen sein, was wir mit ihrer Dose anstellen würden. Engstenberg hat im Grunde die Idee gehabt, Sauerkraut in Dosen zu konservieren. Also nicht roh zu vermarkten, sondern gekocht in Dosen zu bringen. Und damit hat er in den 1930er-Jahren ein Patent angemeldet. Und es war eine gute Lösung für diese ganzen Krautfabriken hier auf den Fildern. Die Erfindung der Dose löste einen Rattenschwanz von Folgererfindungen aus, ohne den die Erfindung an sich nicht funktioniert. Beispiel Dosenöffner. Die brauchten z.B. auch die Bergsteiger am Nanga Parbat, dem Schicksalsberg der Deutschen. 33 Dosenöffner waren bei der Erstbesteigung dabei, 1953. Und 40 kg Sauerkraut aus Esslingen. Eingedoste Kraft für Gipfelstürmer auf dem Dach der Welt. Auch einige Nicht-Alpinisten klettern gerne, aber bitte mit Leiter. Die gibt's bei der Feuerwehr in allen Längen und Varianten. Ihr Einsatz war mindestens genauso anstrengend wie ein Gipfelsturm im Hochgebirge. Denn vor dem Klettern, das die Jungs-Virtuos beherrschten, kamen oft kilometerlange Sprints. Auf die hatte Konrad Magirus, Kommandant der Ulmer Feuerwehr, irgendwann keine Lust mehr. Und baute den selbstfahrenden Drehleiterwagen. Ein Modell von 1921 ist im Technikmuseum Speyer ausgestellt. Seit Urzeiten ist eigentlich die Leiter mit der Feuerwehr untrennbar verbunden. Waren die Teile am Anfang getragen zur Einsatzstelle, waren dann zum Ende des 19. Jahrhunderts die sogenannten Anhänger- oder Mannschaftsgezogene Leitern bei den Feuerwehren aktuell. Und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dann diese Technik und die damals neue Kraftfahrzeugtechnik in einem solchen System vereinigt. Vorher gab's Pferdewagen und Dampfmaschinen, mit denen man zum Einsatzort kam. Die Pferde musste man aber anspannen, die Dampfmaschine anheizen. Deshalb setzte sich der Benzinmotor durch, trotz zahlreicher berechtigter Bedenken. Im ganzen Land war es eine Diskussion, auch unter Fachleuten, mit dem feuergefährlichen Benzin als Medium für den Verbrennungsmotor zu einer Brandstelle zu fahren und somit eigentlich Gefahren mit an die Brandstelle zu bringen. Der Fortschritt siegte, wie so oft, auch über die schlauesten Einwände. Feuerwehrpferde und zu Fußrennen waren Auslaufmodelle. Der Magirus setzte sich durch. Konrad Magirus hat auf geniale Art und Weise Dinge kombiniert, die es schon gab. Das Auto und die Drehleiter. Von der hat Frank Lang im Landesmuseum Württemberg ein Modell gefunden, das über 200 Jahre alt ist. Also das ist eine drehbare Feuerleiter. Die konnte in enge Gasse hereingeschoben werden, dann auf der Stelle, auf dieser Drehachse gedreht werden und damit ausgerichtet werden auf irgendwelche Fenster. Die dienten für die Steigertrupps zum Einsteigen. Ich bin auf einen Hinweis gestoßen, dass in Württemberg, in dem Ort Knittlingen, eine Leiter 1808 vorgestellt wurde, die diese Funktionen hatte und die so beschrieben wurde und die bis 1948 sogar in Betrieb war. Auch eine andere Feuerwehr-Erfindung ist älter als man denkt. Das ist jetzt eine Feuerspritze aus der Zeit vor 1720. Wir wissen das sehr genauer und man kann es an diesem Z hier sehen. Dieses Z ist die Nummer, mit der das damals von einem Kurator des Herzogs von Württemberg ins Inventar aufgenommen wurde. Das heißt, dieses Ding muss älter sein als 1720. Den Namen des Erfinders kennt man nicht, nur seinen Beruf. Es ist so, dass die Glockengießer in jener Zeit begonnen haben, eben auch andere Aufgaben zu suchen. Und da ist die Pumpe auch eines der Produkte von Glockengießer. Man hat solche Modelle den erzoglichen Hoheiten gezeigt, um später Privilegien dafür für die Herstellung zu bekommen. Aber warum ging die Erfindung nicht in Serie? Wenn das gekauft wurde, ist das sofort eigentlich auch. Sind die in groß gebaut worden und in Betrieb genommen worden. Aber Feuerwehren gab es halt noch nicht in dem Sinne. Zumindest nicht überall. Das änderte der Freudenheimer Karl Metz mit der Erfindung der Freiwilligen Feuerwehr und seiner patentierten Feuerspritze. Es ist eine alte Handdruckspritze, die im Jahr 1848 von Metz an die Feuerwehr Speyer ausgeliefert wurde. Die an diesem Tag, als das Teil ausgeliefert wurde, auch gleichzeitig ein Gründungsdatum festgelegt hat. Metz holte vergessenes Wissen aus der Versenkung. Die Technik ist relativ alt. Historische Funde belegen also, dass diese Technik der Doppelkolbenpumpe bereits im Jahr 250 v. Chr. durch einen ägyptischen Physiker entwickelt wurde. Die Technik ging allerdings im Mittelalter verloren und wurde dann erst in jüngerer Vergangenheit wieder neu entdeckt. Das Prinzip der Doppelkolbenpumpe ist relativ einfach. Es bewegen sich über einen Hebel, zwei Zylinder. Und weil das Ganze eben tatsächlich harte und schwere Arbeit war, wurden über diese Griffstangen dann teilweise bis zu 16 Feuerwehrangehörige benötigt, um entsprechend große Pumpen zu bedienen. Je nach Größe eines Brandes dauerte eine Schicht an den Pumpen auch gerne mal zwölf Stunden. Und wer viel arbeitet, darf auch viel feiern. Metz erfand nicht nur die Pumpe und die freiwillige Feuerwehr, sondern das Feuerwehrfest gleich mit. Den Frauen blieb oft nur, die Trümmer einzusammeln. Solcherlei Ungerechtigkeiten spiegeln sich auch in anderen Lebensbereichen wieder. Als Mutter aller Weihnachtsgeschenke gilt seit 1891 die Modelleisenbahn. Ein typisches Jungensgeschenk. Die Firma Märklin aus Göppingen hat sie nicht erfunden. Schon 1859 besaß der französische Prinz Napoleon Eugène-Louis Bonaparte eine solche. Sie stand im Garten seines Schlosses, das mitsamt der Bahn im Krieg von 1870-71 zerstört wurde. Übrig blieb das älteste Modelleisenbahn-Foto der Welt. Märklin aber wurde zum Inbegriff der Modelleisenbahn. Und das, obwohl der Gründer ursprünglich nur Puppenstuben bauen wollte. Für Mädchen. Die durften gerne zusehen, aber nur, wenn sie eine gültige Bahnsteigkarte hatten. Ein anderes Objekt, mag man eigentlich gar nicht sagen, hat es ebenfalls in die Ruhmeshalle der Geschenke gebracht. 55 PB, bürgerlicher Name, Teddy, der Inbegriff des Kuscheltiers, seit über 100 Jahren. Wir stellen den jetzt hier rein in diesen Güterwagen der württembergischen Exportprodukte, weil er ein ganz früher Exportschlager war. Also der wurde 1903 in St. Louis auf der Weltausstellung gezeigt und dann haben sie schon kurz später eine Million Stück pro Jahr produziert. Diese Menschen aus Gingen an der Brenz haben ihn gemacht, den Teddy. In der Firma von Margarete Steiff. Die hatte eigentlich eher an Nadelkissen für Näherinnen gedacht, als sie zum ersten Mal Tierfiguren nähte. 1902 erblickte dann aber das Modell 55 Plüsch beweglich das Licht der Welt. Aus dem Neutrum, das Nadelkissen, wurde der Bär mit Persönlichkeit. Eine Idee von Steifs Neffen Richard, der ein reales Vorbild hatte. Das hat auch ein bisschen was mit Stuttgart zu tun. Er hat seine Zeichnungen und Skizzen hier in Stuttgart in einem privaten Zoo, in dem Nilschen Tiergarten gemacht und hat dort die Bären gezeichnet. Und nachdem eben diese Spielfigur entwickelt. Der Tiergarten wurde schon 1906 geschlossen. Der Teddy überlebte. Und hat seinen verdienten Platz im Museum. Den ewigen Ruhm verdankt er nicht nur seiner Kuscheligkeit, sondern auch den Legenden, die sich um ihn und einen US-Präsidenten ranken. Theodore Roosevelt. Der war ein leidenschaftlicher Jäger, der Löwen und Elefanten schoss. Einen wehrlosen Bären allerdings verschonte. Und seither in den Karikaturen immer einen Bären an der Seite hatte. Einer der bekanntesten Karikaturisten Amerikas war übrigens Thomas Nast aus Landau. Der hatte zwar nicht den Roosevelt- oder Teddybären erfunden, schrieb oder besser malte mit einer anderen Figur Weltgeschichte. So in Schwarz-Weiß ist es eh Schnuppe, ob der Weihnachtsmann nun grün oder rot ist. Der Rote wurde aber nicht von Brause-Produzenten erfunden, sondern von Thomas Nast, dem Pfälzer. Aus der Pfalz stammt auch eine andere Figur, die sich wegen ihrer Freigebigkeit an kirchlichen Feiertagen größter Beliebtheit erfreut. Ursprünglich brachte der Fuchs zu Ostern die Eier. Wahrscheinlich die Eier der Gänse, die er gerade gestohlen hatte. Dann aber erschien ein Botaniker auf der Bildfläche, der die herrschende Meinung zu des Hasengunsten veränderte. Georg Frank von Frankenau berichtete 1682 in gelehrtem Latein und wohlgesetzten Worten, dass er in der Pfalz die Wahrheit erfahren hätte. Es sei der Hase, nicht der Fuchs. Seither ernten die Hasen allen Ruhm. Und die armen Füchse werden nirgends mehr bejubelt. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich nicht als Nahrungsmittel eignen. Wobei wir bei unserer nächsten Erfindung wären, bei der sich alles ums Essen nicht nur dreht, sondern auch presst. 1939 bekam Robert Kull aus Stuttgart sein Patent für die Spätzle-Presse. Die Idee dazu war aber älter. Die ersten Modelle sind Museumsstücke aus Holz. Dennoch, die Kullsche Teigpresse mit Teigaustrittslöchern trat einen weltweiten Siegeszug an, der weit über Spätzle hinausgeht. Das ist Dario Fontanella. Er brachte Mannheimer Kinder zum Weinen. Eltern haben für ihren Kind, der war vielleicht 6, 7 Jahre alt, haben sie ein Spaghetti-Eis bestellt. Und das Kind hat angefangen zu heulen, weil er keine Nudeln wollte, er wollte Eis essen. Und mal ganz abgesehen davon, ein badischer Eisdielenbesitzer eignet sich ungefragt die Ikone schwäbischen Lebensmittelschaffens an. Und nennt das Ganze dann noch nicht mal Spätzle-Eis, sondern Spaghetti-Eis. Der Name geht gar nicht. Ich habe damals den Namen mich schützen lassen. Erstens, weil der Dr. Staff, der Anwalt, der Freund von meinem Vater, mich abgeraten hat, weil er gemeint hat, das wäre nichts Wichtiges. Und zweitens, weil das 700 bis 800 D-Mark gekostet hätte. Und deswegen habe ich damals gesagt, okay, lassen wir es. So wichtig kann es auch nicht sein. Also sagen wir doch einfach Spätzle-Eis. Im Technik-Museum Speyer steht eines der ersten sogenannten Reproduktionsklaviere. Sina Hildebrandt hat es restauriert. Der Clou? Das Gerät aus dem Breisgau dudelt die Musiknoten nicht einfach nur ab, es spielt mit Gefühl. Die mechanische Musik war ja immer darum bemüht, den Menschen und die Kunst und die Musik so naturgetreu wie möglich wiederzugeben oder auch zu imitieren. Und die Firma Welte ist um 1900 hergegangen und hat das sogenannte Welte-Mignon-System entwickelt. Das heißt, wir haben es hier mit einem Vorsetzer zu tun, den man vor jeglichen Flügel stellen konnte, den man zu Hause hatte. Welte hat diese Technik so auf die Spitze getrieben, dass das komplette Spiel des Pianisten mit allen musikalischen Betonungen, die erforderlich sind, wiedergeben kann, reproduzieren kann. Man hatte in Freiburg ein Aufnahmestudio, in dem man sich diese Pianisten eingeladen hat, wie zum Beispiel Alfred Grünfeld oder auch Gustav Mahler. Die haben dort dann ihre Kompositionen oder andere Kompositionen eingespielt, wurden auf der Rolle verewigt. Die Stars waren aber eher zurückhaltend. Der Allerschwierigste war Gustav Mahler gewesen. Mahler war sehr skeptisch gegenüber dieser Technik, hat erst gewartet, bis andere seiner Kollegen bei Welte waren, hat die Fühler ausgestreckt, um Berichte zu hören, wie es ist. Hat sich dann selber ein Bild davon gemacht und hat gesagt, ja, auch ich möchte, dass die Nachwelt weiß, wie meine Werke klingen sollen, wenn sie gespielt werden. So entstand erstmals Musik aus der Konserve, die nicht blechern klang. Wie wir heute selbstverständlich MP3s benutzen, war das damals die Möglichkeit, die Musik nicht nur im Konzertsaal hören zu können, sondern auch noch an anderen Plätzen, wo solche Automaten standen. Nur noch eine Handvoll der Klaviere ist erhalten. Schallplatte, CD und MP3 haben ihnen den Garaus gemacht. Andere Erfindungen haben den Übergang in die Neuzeit unbeschadet überstanden. Zum Beispiel die Seifenblasen. Die sind schon auf Peter Bruegels Kinderspielgemälde von 1560 abgebildet. Die Idee zum Fertigprodukt Puste-Fix war aus der Not geboren. Waschmittelhersteller Rolf Hain aus Tübingen litt unter der Konkurrenz der Großkonzerne und verkaufte seine stark schäumende Seife fortan an Kinder statt an die Hausfrau. Eine andere Erfindung richtete sich direkt an jugendliche Stubenhocker. Höhepunkt im Fußballstadion und beim Tippkick. Herr und Meister des erfolgreichen Elfmeterschützen ist Dieter Langen, deutscher Meister 1965 im Tischfußball. In den Tippkickklubs wird regelrecht trainiert. Scheibenschießen, Freistöße mit Effet, Zielschießen ins Schnapsglas. Lötkolben, Pfeile, Klebefilm und Alleskleber dienen zu kniffligen chirurgischen Eingriffen. Bei dieser Form des Schussbeins lässt sich der Ball leicht anheben und in die Torwinkel zirkeln. Der kurze Fuß verleiht Flachschüssen enorme Fahrt. Es mag der Traum manches Fußballtrainers sein, sich seine Spieler auf dem Operationstisch nach Bedarf zurechtschnippeln zu lassen. Erfunden hat das Ganze der Stuttgarter Möbelfabrikant Karl Mayer. Der erhoffte sich wohl eine Absatzsteigerung für seine Sessel, wenn man sitzend Fußball spielen konnte. Brillante Idee, aber alt. Konnte man sich doch sogar schon fortbewegen, ohne sich zu bewegen. Man nehme ein Dreirad, wie es als Kinderspielzeug längst bekannt war. Und packe einen Motor drauf. Fertig ist das erste Auto. Baujahr 1886. Das ist der sogenannte Benz-Wagen. Durch die Patenterteilung am 29. Januar 1886 zum Benz-Patentmotorwagen geworden. Und verfügt eigentlich über all das, was auch heutige Automobile noch haben. Allem voran die sogenannte Verbrennungsmaschine. Die ist heute leistungsfähiger geworden und schneller. Aber sonst hat sich eigentlich wenig geändert. Es macht Puff und man fährt. Der Wagen machte damals richtig Furore. Karl Benz entwickelte weiter und setzte voll und ganz auf den Benzinmotor. Obwohl es Alternativen gab. Das war damals durchaus nicht klar, was ich durchsetzen würde. Da standen wirklich drei Konkurrenten im Vergleich. Das war Elektrik, das war Dampf und das war der Gasmotor. Aber gerade Elektrofahrzeuge, die hatten damals eigentlich gute Zukunftschancen. Denn wenn man überlegt, dass schon in Deutschland in der Coburger Maschinenfabrik Flocken im Jahre 1888 das erste funktionsfähige Elektrofahrzeug gebaut wurde, dann sieht man, dass da schon deutliche Bestrebungen da waren. Flocken, gebürtiger Pfälzer, war aus heutiger Sicht der größere Visionär. Warum ist er gescheitert? Es gibt ja viele Überlegungen, weshalb sich das nicht durchgesetzt hat. Denn man war immerhin ja schon in der Lage, um die 100 Kilometer Aktionsradius mit den damaligen Batterien zu erreichen. Es gab sogar große Rekordfahrzeuge, sogar um die Jahrhundertwende ist das gewesen, der Camille Genazzi mit seiner silbernen Zigarre, der schon die 100 Kilometer Marke geknackt hat. Und später mit Benzinmotoren spektakuläre Unfälle baute. Die Legende sagt, dass es damals einen sehr reichen Amerikaner gab, der John D. Rockefeller, der sehr großen Einfluss zu dem amerikanischen Senat hatte. Und dieser Rockefeller, der hat sein Geld im Ölgeschäft verdient. Und man sagt es heute, dass er durch hohe Bestechungsbeträge es erreicht hat, dass im Senat Gesetze verabschiedet werden, die das Elektroauto abwürgen. Ob es stimmt, ich weiß es nicht. Dabei war Rockefeller selbst stolzer Besitzer einiger Elektroautos. Die sind heute im Technikmuseum Sinsheim zu bewundern. Die wirklich entscheidenden Erfindungen wurden aber nicht unter, sondern auf der Motorhaube gemacht. Einer dieser Meilensteine war der Virbulator. Man hatte den Menschen eingeredet, durch diesen Virbulator würde Schmutz und Fliegen und Mücken von der Windschutzscheibe abgehalten. Und die Menschen glaubten das und fuhren mit dem Virbulator durch die Gegend. Genutzt hat es eigentlich nichts, zumindest dem Autofahrer nicht. Genutzt hat es dem, der es erfunden hat, genutzt hat es denen, die es verkauft haben. Um es mit einem Altkanzler zu sagen, wichtig ist, was hinten rauskommt. Und auch dafür gab es eine Autoerfindung. Aber die konnte man selbst häkeln und musste keinem windigen Erfinder auf den Leim gehen. 1932 entdeckte der Apotheker August Fischer aus Buchau am Federsee den ersten Kunstharzkleber der Welt, der mehr war als ein Klebstoff. Uhu ist mehr als ein Alleskleber. Wussten Sie das von Uhu? Warzen verschwinden. Mehrmals mit Uhu bestreicht. Insektenstiche betupfen man mit Uhu. Der Juckreiz verschwindet sofort. Scharfe Bügelfalten. Einen mit Uhu bestrichenen Faden in der Bügelfalte einlegen und bügeln. Die Falte hält sehr lang. Der Enkel ist immer noch bas erstaunt, was man der Erfindung des Opas so alles zutraute. Sogar die Eroberung des Himmels gelang nur dank Uhu-Alleskleber. Damals war das Luftschiff der Stolz Deutschlands. Und die Werft in Friedrichshafen hat Uhu-Alleskleber bezogen. Und mein Vater hat sich erkundigt und sie hat die Auskunft bekommen. Den haben sie verwendet für bestimmte Arbeiten für das Luftschiff Hindenburg. Und dann hat er gesagt, das ist ein solcher Volltreffer. Das mache ich auf den Briefbogen drauf. August Fischers Alleskleber eroberte den Himmel. Und die heimischen Bastelstuben. Das Labor in Bühl wurde bald zu klein. Die Tuben wurden am Anfang mit der Hand abgefüllt. Der Mann hatte einen kleinen Kessel von vielleicht 15, 20 Litern. Und dann hat er immer den Hahn aufgedreht und die Tube gefüllt bis da und dahin, was ihm gesagt wurde. Und das war natürlich eine ganz mühsame Sache. Aber nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, würde ich sagen, haben wir die erste Tuben-Abfüllmaschine bekommen. Der badische Alleskleber startete durch, konnte aber nicht in allen Bereichen reüssieren. Ein kleines Eckchen im Klebstoff-Universum blieb bis heute einer Erfindung des Pfälzerfabrikanten Friedrich Seltsam vorbehalten. Dem Knochenleim. Wolf Hartwig Lipinski ist Restaurator im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. Bei den modernen Klebstoffen gibt es für unsere Einsatzgebiete einfach zu viel Unbekannte. Bei unseren herkömmlichen verwendeten Leim wissen wir schon seit Jahrhunderten, wie sie reagieren, wie sie altern, welche Eigenschaften sie haben. Und vor allem ganz wichtig ist, wir wissen, wie lange sie reversibel sind, beziehungsweise, dass wir sie wieder entfernen können. Knochenleim wird aus Schlachtabfällen hergestellt, ist umweltfreundlich und zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Hält aber die wertvollsten Kunstwerke der Welt für Jahrhunderte zusammen. Nur Geduld braucht man. Viel Geduld. Vielleicht ist der Job des Restaurators deshalb nicht jedermanns Sache. Junge Menschen stehen traditionell mehr auf Abenteuer. Matrose gehörte für ganze Kindergenerationen zu den Traumberufen. Komm zur Marine, sieh die Welt, erlebe Abenteuer. Blöd nur, wenn man's zwar in den Seemannsanzug geschafft hatte, statt in der Südsee aber immer noch in Sigmaringen rumhing. Dann konnte man Wilhelm Bleile die Schuld geben. Seine Matrosenanzüge waren in Wolle gegossenes Fernweh. Einige Exemplare lagern heute im Museum für Alltagskultur in Waldenbuch. Das ist jetzt der berühmte Bleile-Matrosenanzug, den tatsächlich ganz viele anhatten. Er war Mode in der Zeit ab 1895 bis in den 50er Jahre ganz enorm stark getragen wurde er eben in der Kaiserzeit. Allen voran von den Sprösslingen der kaiserlichen Familie. Der Matrosenanzug war Sonntagsstaat. Und Uniform. Wilhelm Bleile kleidete die Nation. Er ist natürlich zum einen auf eine Modewelle aufgesprungen, der Wilhelm Bleile. Das war das erste, deshalb Matrosenanzug. Aber sein technischer Trick war, dass er Wollstoff hat in Bahnen weben lassen und diese dann wie gewebter Stoff behandelt hat. Dazu brauchte es eine spezielle Nähmaschine, die so weiche Stoffe wie diesen Wollstoff auch vernähen konnten. Die gab es aber seit 1890 etwa. Bleile steckte nicht nur deutsche Kinder in Matrosenanzüge. Der berühmteste Süßwassermatrose ist und bleibt eine Ente. Donald Fauntleroy Duck. Er gehört seit 1931 zu den blauen Jungs. Erfunden hat ihn Walt Disney, der selbst wohl nie einen Matrosenanzug getragen hat. Mütterlicherseits stammte Disney übrigens aus Mielen im Taunus. Die Ente im Matrosenanzug hat ihn unsterblich gemacht. In unseren Herzen. Einem anderen gelang das in unseren Haaren. Charles Nestlé aus London, alias Charles Nestle aus New York, alias Karl-Ludwig Nessler aus Tottnau. Der studierte akribisch die Beschaffenheit der menschlichen Körperbehaarung, konzentrierte sich aufs Haupthaar und erfand schließlich die Dauerwelle. Eine Legende besagt, er hätte als junger Hirte die Schafe um ihre Locken beneidet und so lange getüftelt, bis er unsere Haare technisch in Wolle verwandeln konnte. Karl Nessler hat nicht die Locken an sich erfunden. Wie man die künstlich herstellt, wussten schon Perser, Griechen und Römer. Und machten sich mit Brenneisen schön. Es war immer schon bei Personen, die glatte Haare haben, gerade bei Frauen, der Wunsch, eben halt dauerhafte Locken zu haben. Nestler verbannt, schlicht gesagt, die Technik eines Waffeleisens mit moderner Chemie. Geboren waren Locken, die nicht nur bis zur nächsten Haarwäsche hielten. Der Weg zur Dauerwelle allerdings war eine Qual. Oh ja, das war's, weil es war ja A, erstmal die ganzen schweren Wickler, sie aus Holz bestanden, dann durch diese extreme Hitze, die ja dann durch die Apparatur mit Klammern und Strom erzeugt wurde, war schon, ich denke mir, für die Damen manchmal schon mehr als eine Tortur. Aber wer schön sein will, muss leiden. Und deshalb setzte sich Nesslers Dauerwelle durch. Denn am schönen Haar erkennt man den gepflegten Menschen. Die nächste Erfindung ist da genau der Gegenpol. Camping ist, wenn man die eigene Verwahrlosung als Erholung empfindet. Das kam nach dem Ersten Weltkrieg in Mode, als man plötzlich Ferien hatte, aber kein Geld fürs Hotel. Also schlief man im Zelt. Bis Aris Detlefs 1931 in Ottersweiher das Wohnauto erfand. Damit hatte er nicht nur seine zukünftige Frau beeindruckt, sondern die ganze Welt. Ab jetzt campten auch Menschen, die einer Luftmatratze wenig abgewinnen konnten. Campen, das war Zivilisation auf Rädern. Und die Firma Detlefs und ihre Mitbewerber boomten. Mit den Jahren wurde nicht nur die Nachfrage, sondern auch die Auswahl immer größer. Die Modelle hießen Tourist oder Globetrotter, je nachdem wie exotisch die Reiseplanung ausfiel. Familie Detlefs ging mit gutem Beispiel voran und entdeckte mit ihren Wohnwagen die ganze Welt. Für die, die es etwas kleiner wollten oder ganz ohne Wohnwagen auskommen mussten, gab es seit 1936 wenigstens eine warme Mahlzeit. Damals erfand der Schwabe Erich Schumm den Esbitkocher. Und weil so ein Aufenthalt im Freien durch nervendes Ungeziefer extrem betrüblich ausfallen kann, erfand er 20 Jahre später die Fliegenklatsche. Das Prinzip folgt dem eines Kuhschwanzes. Nur eben aus Plastik. Noch wichtiger für Camper war die Entdeckung des Feuers. In Form von Streichhölzern. Ausgedacht hat sich die kleinen Phosphorköpfe Jakob Kammerer in Ludwigsburg. Das war 1833. Der Trick bestand aus zwei Teilen. Zuerst musste man große Baumstämme in ein handliches Format verwandeln. Und zweitens dafür sorgen, dass sich der Phosphor nicht selbst entzündet. Das tat er nämlich gerne. Da ist es auch schon Feuer und Flamme. Eines von 220 Millionen Zündhölzern, die täglich bei uns verbrennen. Und Menschen in Tateinheit mit Wohnwagen und Kocher in die Lage versetzte, selbst im tiefsten Winter in der Wildnis zu überleben. Dass schneebedeckte Berge Freizeitqualitäten bekamen, lag aber nicht an Streichholz, Kocher oder Wohnwagen. Das lag an der Erfindung des Skilifts. Den dachte sich 1908 ein Gastwirt aus, um den Kurgästen in Schollach im Schwarzwald mühelos auf die Hügel zu helfen. Sein Name? Robert Winterhalder. Man setzt sich auf den Rodelschlitten, lässt sich vollständig ungefährlich von der Drahtseilbahn etwa 400 Meter hinaufziehen, fährt von oben ideal zu Tal und wiederholt das Manöver bis einen die Dunkelheit überrascht. So beschrieb einer der ersten Gäste das Liftvergnügen im Schollacher Tal. Seine Erfindung wurde zwar in zahlreichen Ländern patentiert. Der Erste Weltkrieg verhinderte aber, dass Winterhalder damit reich wurde. In einige Patente hatte sich eh ein kleines Fehlerteufelchen eingeschlichen, das man hätte vermeiden können. Dazu gleich mehr. Auf jeden Fall macht die Erfindung von Robert Winterhalder auch nach über 100 Jahren noch mächtig Spaß. Zurück zum Schreibfehler auf Winterhalders Patent. Das hätte sich vermeiden lassen, wenn der schwedische Patentanwalt nicht so eine Sauklaue gehabt hätte. Oder wenn eine Erfindung aus Mainz zum Einsatz gekommen wäre. So um 1450 entwickelte Johannes Gutenberg den Druck mit beweglichen Lettern. Ab jetzt musste nicht mehr abgeschrieben, sondern konnte wieder und wieder gedruckt werden. Aus der Kunst des Schönschreibens wurde ein Handwerk. Die Erfindung Gutenbergs war revolutionär. Das hat sich ja dann später herausgestellt. Er selbst weiß man nicht, ob er das so wusste. Aber es hat sich ganz bald gezeigt, dass diese Tatsache, dass man einen größeren, umfangreicheren Text europaweit verbreiten konnte. Und dass es immer derselbe Inhalt war, dass es für die Medienlandschaft völlig neuartig war und eigentlich in die Neuzeit geführt hat. Den größten Gewinn erzielte man, wenn die Kunden mehr bezahlten als den Wert von Papier und Druck. Ablassbriefe waren daher ideal. Die Sünder kauften sich Vergebung. Die Kirche füllte ihr Säckel. Ablassbriefe wurden schon ganz früh gedruckt. Das ist eine der ersten Druckwerke, die wir überhaupt kennen. Also Gutenberg selbst hat auch Ablassbriefe gedruckt. Diese Ablassbriefe, das waren ja Formulare, die man gebraucht hat, um damit wirklich seine Bestrafung im Fegefeuer einzulösen. Also das war richtig eine Quittung quasi. Allen voran Johannes Tetzel. Der Dominikaner tourte durch Deutschland und brachte einen schwunghaften Ablasshandel in Gang. Mit den gutenbergschen Druckerzeugnissen. 1516 war für Martin Luther das Maß voll. Heute würde man sagen, er rastete aus. Naja, ich weiß nicht, ob es keine Reformation gegeben hätte, aber es ist ganz sicher so, dass der Buchdruck ganz wesentlich dazu beigetragen hat. Das kann man daran erkennen, es gab ja schon vor Luther Reformatoren. Und denen ist es allen nicht geglückt, die Öffentlichkeit in der Form zu erreichen, wie es Luther möglich war. Mit Buchdruck konnte man eine sehr, sehr breite Öffentlichkeit erreichen. Es war eindeutig eine Revolution der Kommunikation. Das war so. Eine Revolution, der viele Revolutionchen folgten. So sah es aus im Buch- und Zeitungsdruck, als im Jahre 1872 im Hafen von Baltimore ein junger Deutscher landete, Ottmar Mergenthaler. Der Setzer steht nicht mehr vor seinem Buchstabenkasten. Er sitzt bequem und schreibt den Text, der gedruckt werden muss, auf Tasten, die denen einer Schreibmaschine, sie war damals schon erfunden, ähnlich sind. Das Gutenbergsche Prinzip des Schriftsetzens von Hand wurde mechanisiert. Der Ottmar Mergenthaler war ein deutscher Tüftler aus dem Schwäbischen, ist in die USA ausgewandert und hat da den Auftrag bekommen, eine Maschine zu entwickeln, wo man Buchstaben schnell setzen konnte. Und da kam er dann auf die Linotype eine ganze Zeile gegossen. Drückt der Setzer die Taste für den Buchstaben A, fällt aus dem Matrizenmagazin eine Matrize heraus, in die der Buchstabe A eingeprägt ist. So lange schreibt der Setzer, bis eine Zeile voll ist. Die Matrizen, die zu einer Zeile gehören, werden zum Gießen weitertransportiert. Ein Gießtopf sorgt ständig für flüssiges Blei. Dabei füllt sich die Höhlung der Matrize. In wenigen Sekunden erstarrt das Blei und gibt sofort eine druckfertige Zeile. Die amerikanischen Zeitungskönige waren begeistert. Ottmar Mergenthaler als Erfinder und seine Maschine, die Linotype, war ein wesentlicher Gewinn für die Druckerei und ein erheblicher technischer Fortschritt für alle Dinge. Knapp 70 Jahre zuvor hatten zwei junge Deutsche die Grundlagen für den schnellen Druck geschaffen. Die London Times wollte eine schnelle Presse und bekam sie vom Drucker Friedrich König und dem Stuttgarter Feinmechaniker Andreas Bauer. Die Idee war genial und wurde noch besser, als die beiden die platte Druckform durch einen Zylinder ersetzten. Ab jetzt konnte man das Papier von der Rolle nehmen und musste keine Bögen mehr zurechtlegen. Die Idee, Papier auf Rollen zu ziehen, ermöglichte den Verlagen damit die Produktion hoher Auflagen in kurzer Zeit. Vielleicht ließen sich die Engländer ja von den beiden Deutschen dazu inspirieren, auch anderes Papier auf Rollen aufzuziehen. Das brauchte nun wirklich jeder, auch Nicht-Leser. Die Ideen des Schneiders von Ulm, Albrecht Ludwig Bärblinger, galten leider lange Zeit als weniger erfolgreich. Er wurde verspottet. Gelitten hat nicht nur sein Ruf, seine ganze Existenz wurde vernichtet. Sein Fluggerät wurde verbrannt und er selbst starb verarmt. 1808, drei Jahre vor seinem desaströsen Flugversuch, hatte er für einen ehemaligen Soldaten eine Beinprothese gebaut mit beweglichem Knie. Und das war neu. Im Landesmuseum Württemberg gehört eine solche zu den legendären Meisterwerken. Das Exemplar ist viel jünger, beruht aber auf Bärblingers Prinzip und war auch für einen Kriegsinvaliden. Das ist eine Beinprothese eines Ersten Weltkrieg-Teilnehmers, der aus dem Schwäbischen stammt, aus Rohrau bei Herrenberg, ein kleiner Ort. Und wir haben es, wir wissen gar nicht, wie er heißt, also wir haben es bekommen von einem Nachfahren oder einem, der sein Haus übernommen hat, der das dort auf dem Dachboden gefunden hat. Weder Flug noch Prothese haben Bärblinger Glück gebracht. Dabei war beides bahnbrechend. Diese Prothesen, das waren richtige Hilfsmittel für diese Leute damals, die versehrt aus dem Krieg zurückgekommen sind. Es waren, glaube ich, fast 2,7 Millionen deutsche Teilnehmer, die mit Schäden aus dem Krieg zurückgekommen sind. Und denen die Möglichkeit zu geben, wieder in ein ganz normales Leben einzufinden, mithilfe solcher Prothesen, ist mit Sicherheit für ihr Leben ein Riesenschatz gewesen. Am Beispiel Bärblinger zeigt sich, dass man keine Idee vorschnell als Unsinn abtun sollte. Aber manchmal fällt das schwer. Dieses Motorrad aus französischer Produktion hat es nie zu hohen Stückzahlen gebracht. Und die Meinung von Verkehrssicherheitsexperten zum Einrad muss man gar nicht erst einholen. Das erste Motorrad überhaupt war ein typisches Zweirad. Es war eigentlich die logische Fortführung der Dreisine. Das Freihand von Dreis. Man wollte einfach was Angetriebenes haben. Und den Wunsch erfüllte Gottlieb Daimler. Mit dem Kollegen Maybach erfand er ein Pferd auf zwei Rädern. Daimler und Maybach arbeiteten in leitender Position. Damals bei Deutz in Köln. Kannten also die ganze Entwicklung des Motors. Hatten da vieles mitbekommen. Haben sich dann selbstständig gemacht in Bad Cannstatt. Man hat dort versucht, Tag und Nacht diesen Motor fertig zu bekommen. Es wurde also tatsächlich auch nachts gearbeitet. Und das haben die Nachbarn irgendwie mitbekommen. Und sind dann sehr aufmerksam und auch stutzig geworden. Weil sie der Meinung war, dieser Lärm, der da nachts in Verschwiegenheit mit irgendwelchen provisorischen Beleuchtungen in diesem Gartenhaus stattfindet, das muss eine Falschmünzerei gewesen sein. Und nachts rückte dann auch tatsächlich die Polizei ein. Aber die stellten fest, dass da also zwei Menschen dabei waren, einen Motor zu entwickeln. Die Polizei hielt sie wohl für Spinner. Denn Motoren waren damals alles andere als normal. Der Motor hatte Glührohrzündung. Es wurde also sehr, sehr heiß auf diesem Sattel, der hier oben war. Denn auch der Auspuff war da irgendwie untergebracht. Also das Projekt war wirklich ein reiner Versuch. Weiter verfolgt worden ist der Reitwagen dann eigentlich nicht mehr. Das stimmt nicht ganz. Die Firma Mauser aus Isny im Allgäu hat's nochmal probiert. Nach dem Ersten Weltkrieg, als sie vorübergehend keine Waffen mehr produzieren durfte. Durch die war sie nämlich berühmt geworden. Im Krieg der Buren gegen die Engländer rüstete Mauser die Buren auf. Der berühmte Karabiner 98 war das modernste Gewehr am Kap. Schlussendlich verloren die Buren, hatten aber immerhin den Kriegsberichterstatter Winston Churchill gefangen genommen. Durch seine Flucht aus der Gefangenschaft wurde er berühmt und sorgte als Politiker mit dafür, dass Mauser nichts mehr bauen durfte, was schießen kann. So kam es zum Einspurauto. Das Einspurauto hat sehr viel Gemeinsames mit dem Daimler Reitwagen. Wenn man hier die Stützräder sieht, dann hat das das Mauser Einspurauto auch. Die wurden dann eingeklappt, sodass es wirklich nur noch auf zwei Rädern fuhr. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man damals wirklich nur ein billiges Verkehrsmittel, denn so billig war das Mauser Einspurauto eigentlich auch gar nicht, bauen wollte, oder ob man nicht einfach neue Möglichkeiten der Fortbewegung schaffen wollte. Was mich immer wundert, ist, dass da vorne so ein riesen Scheinwerfer vorne drauf sitzt. Also wie der Fahrer die Straße noch gesehen hat auf den Fahrzeugen. Das wundert mich. Aber letztendlich war es eigentlich auch nur ein skurriler Meilenstein in der Verkehrsgeschichte. Vielleicht hätte Mauser mit seinen Fahrzeugen mehr Erfolg gehabt, wenn sie etwas weniger schnittig, dafür aber robuster ausgelegt gewesen wären. Um 1900 konnte jeder Bauer gerade mal vier Nicht-Bauern miternähren. Denn vieles war Handarbeit und alles dauerte ewig. Nirgends war das Bedürfnis, Pferde als Transport und Arbeitsmittel abzulösen, größer als hier. In diese Zeit fiel die Erfindung der Ackerschlepper, die schon bald die Pferde- und Ochsengespanne abgelöst hatten. Die Mannheimer Firma Lanz war die erste. Die brachte 1921 den Lanz-Bulldog auf die Felder. Ein Exemplar davon hat im Technikmuseum Sinsheim bis heute durchgehalten. Der Firmengründer war Heinrich Lanz vom Bodensee. 1902 reiste er in die USA und holte sich Ideen, wie die Landwirtschaft besser gemacht werden könne. Ich putte jetzt nochmal Luft hier rein und dann mache ich hier auf. Die sind ja den ganzen Tag laufen, die Bulldog. Die hat man morgens angemacht und abends wieder aus und fertig. Und dann hat man die irgendwo hingestellt. Ganz am Anfang hat es sehr viele Scheunenbrände gegeben durch diese Bulldogs. Die Bauern haben die Bulldogs gekauft, haben die in die Scheune gestellt und morgens drin in der Scheune angemacht. Durch den großen Volumen, durch das Volumen, 10,2 Liter Hubraum, hat er da oben dann Feuer gespuckt. In den alten Scheunen waren ja Spinnweben und altes Stroh. Und das hat dann ruckzuck Feuer gefangen. Später haben die Bauern, dann sind sie so schlau geworden, haben die Bulldogs Haus gelassen oder woanders abgestellt. An neue Technik muss man sich halt gewöhnen. Genau wie an neue Chemieprodukte. Hier halfen Informationsfilme. Heute nennt man das Werbung. Musik Was ich jetzt so gleich berichte, darauf gebe es alle acht. Fürchterlich ist die Geschichte von der schlimmsten Schreckensnacht. Sieht im zweiten Stock Frau Keller, nie vom Kopfweh arg geplagt. Aber trotzdem wäscht sie Teller, doch das Glück bleibt ihr versagt. Sieben Teller waren schneller, machten sich von Zwange frei. Darum sprechen wir es aus. Aspirin gehört ins Haus. Der Grundstoff war lange bekannt. Schon Hippokrates wusste, dass man Schmerzen mit Weidenrinde kurieren konnte. Die enthält Salicylsäure. Genau wie die, sehr zu dessen Leidwesen, Analdrüse des Bibers. Vielleicht rettete Noah den Biber aber genau aus diesem Grund. Vor der Erfindung der Apotheke war man auf Hausmittel angewiesen. Künstlich hergestellt hat den Stoff der Ludwigsburger Felix Hoffmann. Am 10. August 1897. Das Schmerzmittel wurde zum Renner. Genau wie eine andere Erfindung Hoffmanns. Das Hustenmittel Heroin. Heute weiß man um die Nebenwirkungen. Aber damals? Damals verkaufte die Konkurrenz sogar Asthma-Zigaretten. Für Kinder ab sechs Jahren. Hoffmanns Erfindung. Und dürfte vor allem einen gefreut haben, den Biber. Unsere nächste Erfindung ist mit einer gepflegten Zephalgie, so nennt man Kopfschmerzen auf Schlau, kaum zu ertragen. Im Landesmuseum Württemberg lagert aus Blech gedengelte Lautstärke. Zunächst waren hier diese Instrumente als Naturtoninstrumente konzipiert und gebaut. Man hatte einen begrenzten Tonvorrat, und zwar den Tonvorrat der sogenannten Naturtonreihe. Man konnte damit nicht alle Töne spielen. Die Trompetenbauer waren sehr traditionsbewusst und fremdelten mit Innovationen. Es gab dann später Erfindungen und Entwicklungen, um eben dies ein bisschen zu verbessern. Und eine erste Möglichkeit waren eben solche sogenannten Inventionsbögen. Das heißt, der Hornist hatte eine Kiste immer bei sich, in der er verschiedene sogenannte Aufsteckbögen hatte. Das heißt, für eine komplette Tonleiter im Konzert brauchte man entweder mehrere Hornisten, die abwechselnd die Töne spielten, oder einen mit flinken Fingern. Die Kiste hatten sie immer neben sich stehen während des Konzertes. Und dementsprechend mussten sie dann an den richtigen Stellen die richtigen Bögen auswählen. Und da gibt es auch lustige Anekdoten, die überliefert sind, dass eben dann manche Hornisten zum falschen Bogen gegriffen haben, weil die ja auch sehr nah beieinander liegen und dann dementsprechend in der falschen Lage gespielt haben, dass alles auch sehr verstimmt geklungen hat dann. Die Lösung war es, alle Bögen gleich ins Horn oder die Trompete mit einzubauen. Und dann die Luft über Ventile den längeren oder kürzeren Weg zu schicken. Es hat ein Instrumentenbauer gebaut, der Karl August Müller vorrangig und noch ein paar Leute in seinem Umkreis. Er hat es eben erfunden und das war auch lange Zeit in der Region in und um Mainz sehr verbreitet an den Instrumenten. Es hat auch gut funktioniert, wurde aber letztendlich dann nach seinem Tod nicht weiter hergestellt. Und ja, diese anderen Formen konnten sich eben dann weiter durchsetzen. Womit wir bei Formen wären. Und das ist keine Anspielung. Es geht rein um die Technik. Bei der Firma May auf der Schwäbischen Alb werden Büstenhalter hergestellt. Es gibt sie in allen Formen und Größen. Die einzig richtige Form aber gibt es nicht. Genauso wenig wie den richtigen Erfinder. In jedem Land der Welt hat irgendwer den BH erfunden. Bei uns im Südwesten war es Sigmund Lindauer. Der nahm eine Idee seines Schwiegersohnes auf und produzierte ab 1912 BHs in Serie. Hautana wurde eine Weltmarke. Der Sigmund Lindauer aus Stuttgart, der hat ein BH, ein Brusthalter angemeldet, der aus unelastischen Materialien bestand. Damals noch, es muss Leine oder Baumwolle gewesen sein. Vor 100 Jahren hatte der BH die Grundfunktion, den Busen zu halten. Die Frauen trugen bis dahin Korsetts und die waren natürlich sehr sperrig und taten sicherlich auch weh. Und die Frauen wollten Sport machen und sich frei bewegen können und da kamen die ersten BHs auf. Aber diese BHs, die waren auch unelastisch. Die waren für die heutige Frau wahrscheinlich überhaupt nicht dran zu denken, den zu tragen. Waren aber ein Schritt in die richtige Richtung. Richtig durchgesetzt hat sich der BH dann aber erst zu ungefähr den 20er Jahren. Was eigentlich relativ paradox ist, denn in den 20er Jahren war die Frau relativ androgyn. Man hat keine Kurven gezeigt und der BH hatte damals die Funktion, den Busen platz zu drücken. Und in den 30er, 40er Jahren wurde das dann wieder ein bisschen runder. Diese berühmte Sanduhrfigur kam auf. Und in den 50er Jahren, das erkennt man sofort, da waren die BHs alle spitz. Im Lauf der Jahrzehnte kamen so unzählige Körbchenformen zusammen. Full Cup, Stick-on, Bügellos, Nackenträger, Nur-Cup, Push-up, Bandeau, Minimizer, Balkonett und wie sie alle heißen. Und auch die Materialien haben sich geändert. Was ganz wichtig war für die Entwicklung des BHs waren die Chemiefasern, also das Polyamid zum Beispiel. Das kennt man vielleicht auch unter dem Begriff Perlon. Da gab es ja damals diese Perlonstrümpfe, die sehr beliebt waren. Dass einfach ein BH sich um den Körper rumschmiegen kann, dass er elastisch ist, das macht ein BH viel bequemer. Und wurde seitdem auch immer eingesetzt mit der BH-Produktion. BH-Produktion ist das Stichwort. Lindauer und alle anderen BH-Erfinder hätten nichts erfinden können, wenn sie keine Vorreiter gehabt hätten. Vorreiter wie Georg Michael Pfaff. Das hier ist seine erste Industrienähmaschine. Oder das Konkurrenzprodukt der Firma Singer. Oder die Nähmaschine von Balthasar Krems, eines Strumpfmachers aus der Vulkaneifel. Balthasar Krems erfand die Nähnadel für Nähmaschinen. Die mit dem Öhr am falschen Ende. Das Besondere an der Maschine ist praktisch das Nadelöhr. Er hat praktisch die Nadel erfunden, wo ein Öhr drin ist, wo man den Faden durchlaufen kann, dass er permanent sehr schön in die Maschine reinläuft, wo man dann wunderbare Mützen und Kapuzinermützen fertigen kann. Die Nähnadel, speziell war das Wichtigste mit dem Nadelöhr. Seine Erfindung war einfach bahnbrechend, wo die ganze Industrie danach praktisch profitiert hat. Auf der Pfaff geht's, eins, zwei, drei. Nehmt die Pfaff drum, liebe Frauen, alle Sorgen sind vorbei. Na, alle Sorgen waren mitnichten vorbei, ließen sich aber gut gekleidet, besser ertragen. Oft geben Katastrophen den Anstoß, Neues zu entwickeln. Als 1815 der Vulkan Tambora ausbrach, breitete sich die Aschewolke weltweit aus, mit katastrophalen Folgen. Es gab damals in dieser Zeit eine ganz große Dürre, das heißt, das Getreide auf den Feldern vertrocknete. Man hatte nicht mal genug Hafe für die Pferde, die Pferde verreckten in den Stellen. Und da haben natürlich Menschen gedacht, wir müssen etwas tun. Einer von denen war Karl Freiherr von Dreis. Er dachte sich eine Alternative zum Pferd aus. Eine Alternative, die erstens kein Futter brauchte, zweitens erschwinglich war und drittens von jedem leidlich begabten Schreiner gebaut werden konnte. Sofern er denn keine Scheu vor Neuem hatte. Und das muss schon eine ganz skurrile Situation gewesen sein, wenn da auf einmal einer kommt mit einem Holzfahrgestell, mit eisenbereiften Rädern, wie man sie ja von Kutschen kannte, und sich mit den Füßen abstieß. Aber er war immerhin in der Lage, eine Geschwindigkeit von etwa 14, 15 Kilometern in der Stunde zu erreichen. Das war mehr als eine Kutsche. Trotzdem setzte sich die Idee nicht durch. Nach den Missernten stieg man lieber wieder aufs Pferd. Bis auf ein paar Unentwegte. Und manch einer radelt heute dem Freiherrm hinterher. Auf maßgezimmerter Dreisine. Wohl eher ein Gag und eine Gaudi. Auch wenn die Mannheimer Maimärtler hier schon eine neue Trimmdichtbewegung sehen wollen. Es ist überliefert, dass die ersten Reiter, müsste man fast sagen, auf diesen Fahrzeugen, sogar von der Bevölkerung verlacht wurden. Also der große Durchbruch war es ganz sicher nicht. Vielleicht ja deshalb, weil sie von Anfang an eine Notlösung waren. Genau wie man kein Wasser trinkt, wenn noch Wein da ist. Statistisch gesehen trinkt jeder Deutsche, Kinder eingeschlossen, 30 Flaschen Wein pro Jahr. Wir sind also ein Volk von Weinliebhabern. Auch wenn unser Wissen mit unserem Konsum nicht Schritt hält. Beispiel Öchsle. Ein Grad Öchsle ist meine Sache. Das ist... Ja, wissen Sie, ich bin nicht von der Weingegend. Ich kann Ihnen da gar nichts sagen. Wie sie bestimmt wird oder wie sie ist, das weiß ich nicht. Zur Messung der Mostgewichte hat Ferdinand Öchsle eine sogenannte Mostwaage, oder wie sie heute genannt wird, Öchslewaage, konstruiert, mit der wir die Mostgewichte messen können. Was ein Öchsle ist, ist also klar. Aber war Öchsle wirklich der Erste oder doch ein anderer? So, jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ja, ich auch. Und vor allem dann im Vergleich noch... 69, so wie ich das jetzt sehe. Je mehr Zucker in einem Fruchtsaft enthalten ist, umso mehr Auftrieb bekommt so ein Gefäß, das wir da eintunken. Und das wurde in Grade eingeteilt. Und eben nach dem Ferdinand Öchsle aus Pforzheim benannt, der in den 1830er Jahren diese Skala im Grunde so gesetzt hat, dass sie heute noch Gültigkeit hat. Also das ist jetzt ein Exponat des Stadtmuseum Stuttgart, von dem wir herausfinden wollen, ob es ein Öchsle-Messgerät ist oder ein früheres. Weil es in Stuttgart gab es früher einen Herrn Reuss, den Johann Jakob Reuss, der schon im 18. Jahrhundert eben auch solche Messungen mit so hydrostatischen Wagen gemacht hat. Ja, jetzt schauen wir mal genau hin und lesen ab. Und es sind auch tatsächlich knapp 70. Jetzt würden wir hergehen und würden das einfach mal mit einem anderen Verdünnungsgrad, also noch Wasser zugeben und dann mit einem anderen Verdünnungsgrad auf einer anderen Skala-Ebene vergleichen. Jetzt messen wir das einfach nochmal erneut. Zweite Messung. Und was ist das? 55 kommt hin, ja. Auch die zweite Messung ergibt, die Altaussehende Waage ist auch eine Öchsle-Waage. Mir wäre es lieber gewesen, wenn es abgewichen wäre. Weil dann hätte man vielleicht ein Exemplar gehabt, das von dem Reuss wäre. So ist es einfach auch in Spätres und wir können es jetzt so ungefähr eben in die erste Hälfte 19. Jahrhundert kartieren. Was aber, wenn ein Wein nicht genügend Öchsle auf die Waage brachte? Dann half die Nasszuckerung. Dieses, ja nennen wir es mal Nachwürzen, war bis 1971 in Deutschland erlaubt. Erfunden hat es der Trierer Ludwig Gall, der nach den schlechten Ernten um 1850 die Winzer vor dem Ruin bewahrte. Ähnlich dem Franzosen Schabtal, der es sogar noch zum Innenminister Frankreichs brachte. Wenden wir uns jetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, nüchternen Dingen zu. 98 mal 67. Ich stelle die 8 und die 9 ein. Hier steht also der Multiplikant 98. Hier unten vermerke ich in der Merkscheibe die 7, nämlich die Nummer des Schiebers, den ich jetzt zunächst ziehe. Die erste Rechenmaschine der Welt stammt vom Tübinger Professor Wilhelm Schickert. 1623 baute er das Exemplar, das sogar auf einer Briefmarke verewigt wurde. Seine eigene Zeichnung sah entschieden krakeliger aus. Aber die Maschine funktioniert. Und ein hochgestellter 5 kommt in die nächstfolgende Scheibe. Jetzt ist die gestellte Aufgabe 98 mal 67 gerechnet und das Ergebnis ist 6566. Hoffentlich stimmt es, wenn es nicht stimmt, kriege ich sehr viele Briefe, wie mir das beim letzten Mal, als ich die Maschine vorgeführt habe, geschehen ist. Man wird nur durch seine Fehler berühmt. Oder durch irgendwie rührend wirkende technische Zeichnungen. Schickert war wohl ein Genie, aber Zeichnen hatte er in Tübingen nicht gelernt. Es geht also im Tieffluch mit der neuartigen Spezialverpackung über den Platz. Abwurf, harter Aufschlag. Und wie Sie sehen, die Verpackung ist unbeschädigt. Auf der Düsseldorfer Kunststoffmesse von 1952 wurde der Schaumkunststoff Styropor vorgestellt. Man konnte ihn nicht nur aus dem Flugzeug abwerfen, sondern für alles verwenden. Heute dürfte es keinen Haushalt geben, der komplett styroporfrei ist. Genauso wenig, wie es einen schuhcremefreien Haushalt geben dürfte. Seit 1901 gibt es Erdal aus Mainz. Mit der Creme wurde auch gleich die Dose erfunden. Und genau in so einer wurde durch Zufall das Styropor entdeckt. Der Chemiker Fritz Stastny hatte in so einer Dose eine Probe aufbewahrt und vergessen. Und wunderte sich montags über das Schaummonster, aus dem man sogar Häuser bauen kann. Zu guter Letzt darf ein Mann nicht vergessen werden, der so etwas wie der Leonardo da Vinci des 20. Jahrhunderts war. Engelbert Zaschka, ein Universalgenie. Er komponierte Musik, konstruierte Fahrzeuge und Flugzeuge. Der Freiburger war ein Visionär. Wo andere nur Bestehendes besser machen wollten, wollte er Neues erschaffen. Wie zum Beispiel den Helikopter. Engelbert hat sich schon sehr früh für den Hubschrauber interessiert. Und hat dann 1917 schon ganz konkret an dem Hubschraubermodell, das er letztlich im Jahr 1927 dann verwirklicht hat, geforscht, gearbeitet, getüftelt, sich Gedanken gemacht, wie kann ich das technisch umsetzen kann. Er hatte Erfolg. Sein Senkrechtstarter funktionierte. Er hat insgesamt zwei Modelle entwickelt. Einmal im Jahr 1927 und dann im Jahr 1928 ein zweites Modell. Man muss ja dazu sagen, dass die Hubschrauberentwicklung ja noch in den Kinderschuhen war zu der Zeit. Engelbert Zaschka war wirklich einer der ersten deutschen Ingenieure, die da mit dran gewirkt haben an der Entwicklung des Hubschraubers. Und die hat dann den Begriff Rotationsflugzeug geprägt, also wirklich eine Wortneuschöpfung. Für Zaschka war die damals übliche Fliegerei langweilig. Den Atlantik überfliegen, gut und schön. Aber solange man nicht auch in einem Hinterhof landen könne, sei man nicht am Ziel, meinte er. Mit solchen Ideen stand er damals ziemlich allein. Das war damals für viele, auch in den Ämtern, in den Behörden, also da, wo wirklich auch die Fördergelder waren, das waren, oder Sponsoren generell, war das Neuland. Das war ein Gerät, das so nicht bekannt war, das existierte nicht. Für uns ist das heute selbstverständlich Hubschrauber, ist doch klar, Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber. Für uns selbstverständlich, wenn wir das heute in Nachrichten hören oder selber sehen. Aber damals war das was völlig Neues. Genau wie eine andere Idee Zaschkas. Das Faltauto. Menschen brauchen keine rollenden Statussymbole. Menschen brauchen Mobilität. Also Engelbert war definitiv seiner Zeit weit voraus. Also er hat damals dieses Parkplatzproblem schon erkannt, dieses Raumproblem. Und das Prinzip war dann eben, ich kann mein Auto dann im Hausflur oder im Keller abstellen, wenn ich es zusammenklappe, zusammenfalte. Auf- und Abbau gingen kinderleicht. Innerhalb von nur fünf Minuten wurde man vom Fußgänger zum Autofahrer. Damals war Mobilität noch sehr, sehr teuer in den 20er Jahren. Kaum jemand konnte sich ein Auto leisten. Dann hat er eben gesagt, okay, ich will für die Menschen auch oder für die Leute hier in Berlin zum Beispiel oder in Großstädten auch bezahlbare Mobilität haben, also ein günstiges Auto entwickeln, dass man dann raumsparend und dann in dem Fall auch steuerfrei und führerscheinfrei fahren kann. Zugegeben, Faltautos à la Zaschka sieht man heute selten. Wenn, dann an ungewöhnlichen Orten. Zaschka hatte große und kleine Visionen. Er erfand Falt-Ski für den Rucksack, Faltautos und Falträder. Je kleiner ein Gebrauchsgegenstand, desto größer seine Wirkung. Aber für solche Ideen war die Welt noch nicht so weit. Letztlich war auch das Falten ein Tick von ihm. Also dieses praktische Denken für den kleinen Mann, auch diese soziale Einstellung dabei, das war letztlich auch etwas, was ihn getragen hat. Er hat gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also geht nicht, gibt's nicht. Das ist das Prinzip. Geht nicht, gibt es nicht. Engelbert Zaschka starb 1955. Ein Freund schrieb, leider ist ihm nicht der Erfolg beschieden worden, den er verdient hätte. Aber so ist es vielfach im Leben. Andere ernten, was Erfinder in stiller, mühevoller Lebensarbeit entwickelt haben. So war es auch bei Engelbert. Ich will. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Ich will.